Hallo Leute, herzlich willkommen zum nächsten Part von ÖstnerDiWF5 mit. Oh, Prüsten! Die zwei schöne Schwester namens Titti und Faki. Das war schlecht. Ich hab jetzt ehrlich gesagt, dass... Ich hab jetzt ehrlich gesagt, ihr dacht, dass du die beiden Namen aus dem Anime sagst, die wir geguckt haben. Weißt du nicht? Ach so, die! Nein! GAY! Was hab ich dort wieder offen? So fetischisch bin ich nun auch hier in mir, ja? Ich hab übrigens ein bisschen alleine weitergetrückt. Was, die OVA's? Ich wollte die vierte mitgucken. Ich glaub, bei der vierten Benni noch nicht, wenn nicht tut man sie nochmal. Darf ich raten, die vierte, was das mit dem Weihnachten abzunehmen, ja? Ich glaub, ich hab bloß die erste getrückt dort, die erste und die zweite. Ja, die haben doch schon vorher geguckt, alter. Dann wollte ich's machen und ich hab's vergessen. Wir sollten Anime weitergetrückt, ich weiß aber nicht welchen. Ja, wir taten Animes. Grüße! Wer nicht? Weiß doch. Das ist ja irgendwo eine Gegner-Masse. Du, verbrennst Alter, Aua Soll ich das einfach mal drehen hier? Mach mal Och man, was passiert hier? Ich doch nicht Das musst du jetzt hier sehen Mach erstmal hier den Arschloch hier weg Ah Das siehst du Und hier in der mittleren Ebene war Maschinengewehrmöchung für dich Die halten zum Glück nichts aus Ja, nicht wie die Mongoliten da, ja? Ja, das war ja heftig Das war ja echt, also Hier ist auch mal aufgestanden, hier konnte man nicht mal schön aufspießen Ich habe übrigens noch Schrotmonie für dich dann Wo bist du eigentlich? In der Mitte Wirst du noch Bistolenmonie noch einmal Geh, geh mal einfach jetzt die Schrotflinten, Monie Kann ich die dir von hier oben geben? Nein Ja, musst du auch dann Ja, ja Jetzt weiß ich aber, wie ich meine Da, was ist ich dir noch? Oder war das? Du jetzt betätigen Betätige mal Ich fahr dann rüber, ja Ja, mach das Muss ich dann, muss ich das dann auch nochmal betätigen, um drüber fahren, oder? Muss ich nicht rüberfahren Oh nein Oh nein Hatten wir den nicht schon mal? Hatten wir schon mal Ich glaube, da ist das zurückgekommen, um uns zu töten Oh ja, stimmt Den Typen warten wir schon mal Dann drehe ich jetzt mal eine Runde Oh ja Wenn noch andere Zombies kommen, dann lassen wir uns halt Ansonsten kümmere ich mich um Ja, ich habe doch noch Magnum Den mache ich auch schon schnell fertig Gut, dann kannst du dich jetzt um den kümmern Können wir uns gar nicht mehr tun So sehen wir den Epic-Better dazu Hat das mal's Kopf? So, wo geht's weiter? Da waren wir noch nicht So, ich muss ich runter? So, ich tue mal den mal da ein bisschen Hier runter Komm doch runter gesprungen Ich bin doch unten Nicht du So Das ist blöd, der hier Sie ist zur anderen Seite verriegelt War ja klar Er ist tot Komm mal kurz hoch Ich muss nochmal rüberschwingen Mach schon mal den Schalter nochmal betätigen, bitte Wo war'n der Schalter zum Betätigen? Hier oben Ich muss nochmal rüberschwingen Da hat er mich die Beute fallen lassen Er ist nämlich oben gestorben Er hat da gepackt Wir müssen dann hier noch irgendwo hinkommen Er lebt noch Was? Er lebt noch Jetzt ist er runter gesprungen Jetzt gehe ich aber wieder rüber Da fallen Ach das ist ne Mine da oder? Ja, warte kann ich mal mit aufnehmen Warte kann ich mal mit aufnehmen Irgendworum Ha, Mine erlischt Er ist tot Die Mine lag da gerade so schön Da musste ich es einfach mal machen Kannst du das Rad ja drehen oder hast du da schon? Gerade schon Hast du schon? Ich weiß nicht was es gerade vom Feuer aus gemacht hat Ach du musst hier rüberschwingen, Glacke Ja, schon wieder Ich kann noch rüberschwingen, oder? Na, weiß nicht Ich hab wohl immer mal aus Wenn das mal rüberkommt, muss erstmal das hier machen Naja Hast du auch nicht gemacht? Weiß ich Kannst du auch gern mal rüberschwingen? Ich will mich an hier festhalten, naja Kann ich hier doch hier aufmachen? Ja So jetzt könntest du theoretisch auch rein Ne, mach lieber das Ding jetzt da ab Über dir Ach das ist ein Scherz, oder? Hau ab, mach die Tür auf, hau ab Ja Hau Was machst du da? Ich hab aber keinen Magnum-Money mehr, das weißt du ja Wir müssen den töten Ich stürme mal ein bisschen in der Mitte, ja Stell mich da oben wieder hin und mach den fertig Was machst du mit deinem Schutz, findet alles, da brauch ich gar nicht zu schießen Ha, weil sie sich wieder aushält Ja, Leute, steh mir genau im Bild ok wir sollten mal runter gehen würde ich sagen das ist ein bisschen crazy warte da lebt noch, da lebt noch Achtung da lebt noch nein hab ich das vielleicht steht da auf da muss ich aufstehen ist er ernsthaft tot? ok der ist ja wirklich tot ich dachte der steht noch auf hast du mal Schwein gehabt? hast du doch nicht betätigt übrigens mach ich doch mal schnell ja du gehst extra rüber und machst das obszenist juhu ich will noch mal fahren YOLO alter YOLO wo gehst hin? oben hier ist der Leiter wo hab ich nicht gesehen hm hm so jetzt haben wir noch mal ich dich im Mungu Alarm lassen Mungu Alarm? wo 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 so vorhin ich was sie kommen war nur weil sie zu einem nicht technisch nicht so gut aus aber alles hat Ballort Na, wenn jetzt hier so ein Spalter-Scheiß kommt, dann habe ich wieder Muni. Durch meinen Trick. Versteht sich. Müsste aber eigentlich jetzt kommen. Nein, 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 noch nicht, oder? Nein, noch nicht, scheiße. Lass uns was trinken, ja. Josh? What? Sheva? You're alive. Are you okay? What? How did you get here? We were at the port when we were attacked. And then, well, I ended up here. Where's the rest of the team? Shit! It's just the three of us now. Why did you not retreat? I mean, we are no match for them! I've got unfinished business. The hard drive containing data on the B.A.W. experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving. Until I catch Irving and find out what the hell's going on here. Let's save the chit-chat for later. Okay. I'm fighting, yeah. I'm fighting. I'm fighting. Let's save the chit-chat for later. Wie hast du das so auf engen Räumen hin? LOL Häh? Hat dich mit einem Messer angeworfen Ab, du Scheiße Hinter dir kommt ja auch, ich mach dir hinter dir auch Hm, mach du die hinter mir Komm rein, los Nein, ich soll es sicher Aaaaah Bist du in den Kopf? Oh oh Nein 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 Ihr Partner ist tot Nicht schlecht So, jetzt können wir jetzt verwalten Ja, so Verwalten ist wichtiger grad Ja, zwei Schlangenarmband Und lauter Verbliebene Saphire Juwelentäfer Das war schon, okay So Rubin Saphire Kauf dir ein Ding ins High Spray Oh stimmt, ich hab eins So erstmal hier Merk ne Muni voll machen So Ja, weißt du, wie wir die Munition dafür die Scheiße geben Ich kann nur den Trick hier fast anfinden Hä? Ich hab doch eine, ich hab doch einmal Erste-Hilfe-Spiel gekauft Dann nimmst du doch Es ist ja noch zu sehen Dauert ein bisschen Bei mir wird erst jetzt angezeigt, dass du das gekauft hast Hä? Das sind wir noch nicht Du hast es aber Nein Mit dem Inventar hat nichts angezeigt Dann geh nochmal raus nochmal rein mit dem Inventar Falten Äh, kaufen Nein, immer noch nicht Hast du Pech Fing dich Zurzeit tausend ausgedeben Es ist aber da, irgendwo Bei mir stand es auch erst jetzt da Es wird nicht angezeigt Das ist Pech Gar nicht Pech Dann muss man jetzt nochmal rausgehen und nochmal Oli rein gehen Doch, es hilft nichts Aber wenn wir sterben, ist es da Es ist immer los, weiter Ja, dann geh ich halt Du bist ein Feiermunde manchmal ohne Spaß Ach, du mit deiner hässlichen Art manchmal, ideal Ui Hm, Handgranate Oh, hier ist lauter Munition für dich Komm mal her Ah, das ist für mich Übelst Oh geil Jetzt nochmal was für dich Das ist doch nicht Jetzt nochmal was für dich War noch feud man auch schön mit Das ist gut Das ist sehr gut So, jetzt können gerne nochmal vier oder fünf kommen Lass erstmal ein paar reinkommen, Platte Lass ein paar reinkommen Aufspannend Es kommen sowieso auch tausende von denen Nicht, die müssen erst rüber kommen Sonst gehen wir durch die Muni gar nicht Wenn die Bein Lass für dich droppen oder so Ja, das war jetzt Das war jetzt unglut BAM Das war jetzt ein Element Oh gut Welche Gentlemen loses Is da ein participations Naist low ną Ja, brenn einfach an dem Mundo vorbei, genau. Oh nein! Klappen natürlich nichts. Klappen wir es aber für dich. 210 Fuß. Nichts liegt ab hier. Alter, der hat nichts zu tun. Alter. Der ist ein Franzose. Nein! Oh, ich zeig ab. Okay, ich bin tot. So, jetzt müsste aber Heißbreak kommen. Naja, jetzt hab ich so. Das ist ein Bullshit-Bug. Na, jetzt hab ich gleich 2. Das ist gut. Hier haben wir trotzdem plus 1 mit. Gut. Verkaufen. 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 Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. So. Ciao, Leute. Ciao.